12. Levin ging mit großen Schritten die Landstraße entlang und horchte weniger auf seine Gedanken, die konnte er noch nicht ordnen, als vielmehr auf seine Seele, die er noch nie in solcher Verfassung erlebt hatte. 13. Die Worte des Bauern hatten in seiner Seele gewirkt wie ein elektrischer Funke und einen Schwarm verstreuter kraftloser Einzelgedanken, die ihn unablässig beschäftigten, auf einen Schlag verwandelt und zu einem Ganzen gefügt. 14. Diese Gedanken hatten, ohne dass er selbst es merkte, ihn auch beschäftigt, während er über die Verpachtung des Landes sprach. 15. Er fühlte in seiner Seele etwas Neues und betastete dieses Neue mit Entzücken, noch ohne zu wissen, was es war. 16. Nicht für seine Bedürfnisse leben, sondern für Gott. Für welchen Gott? Für Gott. Was könnte man Sinnloseres sagen als das? 16. Er hat gesagt, man solle nicht für seine Bedürfnisse leben, also man solle nicht für das leben, was wir begreifen, wozu es uns hinzieht, was wir wollen. 17. Vielmehr solle man für etwas Unbegreifliches leben, für Gott, den niemand begreifen oder bestimmen kann. 18. Ja und? 18. Habe ich diese sinnlosen Worte Fjörders etwa nicht verstanden? 19. Und danach habe ich etwa ihre Berechtigung angezweifelt? 20. Habe ich sie dumm, unklar, ungenau gefunden? 21. Nein, ich habe ihn verstanden, habe ganz genauso, wie er es versteht, ihn durchaus verstanden, klarer als ich sonst etwas im Leben verstehe. 21. Und nie im Leben habe ich daran gezweifelt und kann es auch nie bezweifeln. 22. Und nicht ich allein, sondern alle, die ganze Welt, versteht dies eine durchaus und zweifelt dies eine nicht an und ist sich darin stets einig. 23. Fjodor sagt, dass Kirillow, der Herbergswirt, für seinen Bauch lebte. 24. Das ist verständlich und vernünftig. 25. Wir alle können als vernünftige Wesen nicht anders leben als für unseren Bauch. 25. Und da sagt derselbe Fjodor, für den Bauch zu leben sei von übel. 26. Man solle Recht schaffen leben, für Gott. 27. Und ich verstehe ihn auf Anhieb. 28. Ich selbst, wie die Millionen Menschen, die vor Jahrhunderten gelebt haben und die jetzt leben, die Bauern, die Armen im Geiste und die Weisen, die darüber nachgedacht und geschrieben und in ihrer unklaren Sprache dasselbe gesagt haben, wir alle sind uns einig in diesem einen, wofür man leben soll und was gut ist. 29. Mit allen anderen Menschen verfüge ich nur über dieses eine entschiedene, unbezweifelbare und klare Wissen und dieses Wissen lässt sich nicht durch den Verstand erklären. 29. Es steht außerhalb und hat keinerlei Gründe und kann auch keinerlei Folgen haben. 30. Wenn das Gute einen Grund hat, ist es nicht mehr das Gute. 30. Wenn es eine Folge hat, einen Lohn, ist es auch nicht das Gute. 31. Somit steht das Gute außerhalb der Kette von Gründen und Folgen. 31. Und ich kenne es. Und wir alle kennen es. 31. Aber ich habe nach Wundern gesucht, geklagt, ich hätte kein Wunder gesehen, das mich überzeugt hätte. 32. Dabei ist dies das Wunder, das einzig mögliche ständig existierende, mich von allen Seiten umgebende, und ich habe es nicht bemerkt. 33. Was für ein Wunder könnte größer sein als dieses? 34. Sollte ich wirklich die Lösung gefunden? 35. Sollten meine Leiden jetzt ein Ende haben? 35. Dachte Lewin, während er die staubige Straße entlang schritt und weder Hitze noch Müdigkeit bemerkte und ein Gefühl hatte, als sei sein langes Leiden gestillt. 36. Dieses Gefühl war so freudvoll, dass es ihm unglaublich vorkam. 37. Es benahm ihm den Atem vor Erregung, und zum Weitergehen außerstande bog er von der Straße in den Wald und setzte sich im Espen-Schatten auf ungemähtes Gras. 37. Er nahm den Hut von dem verschwitzten Kopf und legte sich, auf einen Arm gestützt, in saftige, breithalmige Waldgras. 38. Ja, ich muss mich besinnen. 39. Und es bedenken, dachte er, den Blick unverwandt auf das nicht niedergedrückte Gras vor seinen Augen gerichtet und folgte den Bewegungen eines grünen Käferchens, das an einem Queckenstängel hochkrabbelte und dabei von einem Gierschblatt aufgehalten wurde. 39. Noch einmal von vorn, sagte er sich, schob das Gierschblatt beiseite, damit es das Käferchen nicht behinderte und bog einen anderen Grashalm her, damit das Käferchen überwechseln könnte. 40. Was freut mich? 41. Was habe ich entdeckt? 41. Früher habe ich gesagt, in meinem Körper, im Körper dieses Grashalms und dieses Käferchens, das wollte nun doch nicht auf den anderen Halm, es breiterte die Flügel aus und flog davon, vollziehe sich nach physikalischen, chemischen und physiologischen Gesetzen ein Stoffwechsel, und in uns allen mitsamt den Espen und den Wolken und den Nebelflecken vollziehe sich eine Entwicklung. 41. Eine Entwicklung woher? Wohin? 42. Endlose Entwicklung und Kampf? 43. Als könnte es eine Richtung geben und einen Kampf im Unendlichen. 44. Und ich habe mich gewundert, dass ich mir trotz größter Gedankenanspannung auf diesem Weg der Sinn des Lebens, der Sinn meiner Triebkräfte und Bestrebungen doch nicht offenbart hat. 45. Dabei ist der Sinn meiner Triebkräfte in mir so klar, dass ich schon ständig danach lebe. 45. Und so habe ich mich gewundert und gefreut, als der Bauer es vor mir aussprach. 46. Für Gott leben. Für die Seele. 46. Ich habe nichts entdeckt. Ich habe nur erfahren, was ich weiß. 47. Ich habe die Kraft erkannt, die mir nicht nur in der Vergangenheit Leben gegeben hat, sondern auch jetzt Leben gibt. 47. Ich habe mich vom Irrtum befreit. Ich habe erkannt, wer hier das Sagen hat. 48. Und er ging vor sich selbst noch einmal kurz seinen ganzen Gedankengang dieser zwei Jahre durch, 48. Der begonnen hatte mit dem klaren, augenfälligen Gedanken an den Tod beim Anblick des geliebten, hoffnungslos kranken Bruders. 48. Zum ersten Mal hatte er damals klar begriffen, dass jeder Mensch, und so auch er, nichts anderes vor sich hatte als Leiden, Tod und Ewiges vergessen. 49. Und da beschloss er, so zu leben sei unmöglich. 50. Er müsse sich entweder sein Leben so erklären, dass es nicht als der böse Hohn eines Teufels erschiene, oder sich erschießen. 50. Aber er hatte weder das eine noch das andere getan, sondern weiterhin gelebt, gedacht und gefühlt, hatte sogar geheiratet in dieser Zeit und viele Freuden erfahren und war glücklich gewesen, solange er nicht über die Bedeutung seines Lebens nachdachte. Was aber bedeutete das? Es bedeutete, dass er gut gelebt, aber schlecht gedacht hatte. Gelebt hatte er, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit den geistigen Wahrheiten, die er mit der Muttermilch eingesogen hatte. Doch gedacht hatte er, ohne diese Wahrheiten anzuerkennen. Vielmehr war er ihnen sorgsam ausgewichen. Jetzt war ihm klar, dass er nur hatte leben können, dank der Glaubensgrundsätze, in denen er erzogen worden war. Was wäre ich denn? Und wie hätte ich mein Leben gelebt, wenn ich nicht über diese Glaubensgrundsätze verfügte, nicht wüsste, dass man für Gott leben solle und nicht für seine Bedürfnisse? Ich würde rauben, lügen, töten. Nichts von dem, was die größten Freuden in meinem Leben ausmacht, würde für mich existieren. Und trotz größter Anstrengung seiner Einbildungskraft konnte er sich nicht jenes animalische Wesen vorstellen, dass er wäre, wenn er nicht wüsste, wofür er lebte. Ich habe nach einer Antwort auf meine Frage gesucht. Eine Antwort auf meine Frage konnte mir das Denken jedoch nicht geben. Es kann die Dimension der Frage nicht fassen. Die Antwort gab mir das Leben. In meinem Wissen, was gut ist und was schlecht. Und dieses Wissen habe ich nicht erworben. Es ist mir wie allen anderen gegeben. Gegeben deshalb, weil ich es nirgendwoher nehmen konnte. Woher hätte ich es denn genommen? Bin ich etwa durch den Verstand dahin gelangt, dass man seinen Nächsten lieben soll und nicht erwürgen darf? Es wurde mir in meiner Kindheit gesagt, und ich habe es freudig geglaubt, denn mir wurde gesagt, was in meiner Seele lag. Und wer hat es entdeckt? Nicht der Verstand. Der Verstand entdeckte den Kampf ums Dasein und das Gesetz, das verlangt, alle zu erwürgen, die der Befriedigung meiner Wünsche entgegenstehen. Das wäre die Folgerung des Verstands. Den Nächsten zu lieben, konnte der Verstand jedoch nicht entdecken, denn das ist nicht vernünftig. Ja, der Hochmut, sagte er sich, wälzte sich auf den Bauch und begann, Grashalme miteinander zu verknoten, bemühte sich aber, sie nicht zu knicken. Und nicht nur der Hochmut des Geistes, auch die Dummheit des Geistes, vor allem die Spitzbüberei, ja, die Spitzbüberei des Geistes. Ja, die Schurkerei des Geistes, bestätigte er. Und Lewin fiel eine Szene ein, die er kürzlich bei Dolly und ihren Kindern beobachtet hatte. Die Kinder hatten, allein geblieben, Himbeeren über Kerzen gebraten und sich in hohem Bogen Milch in den Mund gegossen. Als die Mutter sie dabei ertappte, hielt sie ihnen in Lewins Beisein vor Augen, wie viel Mühe die Erwachsenen das koste, was sie da kaputt machten und dass diese Mühe für sie aufgewandt werde. Und wenn sie Tassen kaputt schlügen, hätten sie nichts mehr, um Tee daraus zu trinken. Und wenn sie die Milch verschütteten, hätten sie nichts mehr zu essen und würden Hunger sterben. Es hatte Lewin verblüfft, wie ungerührt, muffig und ungläubig die Kinder der Mutter zuhörten. Sie waren lediglich verdrossen, dass ihr vergnügliches Spiel ein Ende hatte und glaubten der Mutter kein Wort. Sie konnten es der Mutter auch nicht glauben, denn sie konnten sich nicht vorstellen, welches Ausmaß das hatte, was sie alles in Anspruch nahmen. Darum konnten sie sich auch nicht vorstellen, dass gerade das, was sie kaputt machten, das war, wovon sie lebten. Das verstehe sich alles von selbst, meinen sie. Und interessant und wichtig sei daran nichts, denn das habe es immer gegeben und werde es immer geben. Und es ist auch immer ein und dasselbe. Darüber müssen wir nicht nachdenken, es ist sowieso da. Wir aber möchten uns was Eigenes und Neues ausdenken. Und da haben wir uns ausgedacht, Himbeeren in eine Tasse zu tun und sie über einer Kerze zu braten und uns gegenseitig in hohem Bogen Milch in den Mund zu gießen. Das ist spaßig und neu und kein bisschen schlechter, als aus Tassen zu trinken. Und weiter dachte er, machen wir, mache ich das nicht auch, wenn ich mit dem Verstand nach der Bedeutung der Naturkräfte und dem Sinn des Menschenlebens suche? Und machen nicht alle philosophischen Theorien das auch, wenn sie auf dem Weg des Denkens, einem sonderbaren, dem Menschen nicht entsprechenden Weg, ihn zum Wissen dessen hinleiten, was er längst weiß und so sicher weiß, dass er ohne es gar nicht leben könnte? Ist nicht an der Theorie jedes Philosophen und ihrer Entwicklung klar zu sehen, dass er ebenso unzweifelhaft wie der Bauer Fjodor und kein bisschen klarer als dieser von vornherein um den Sinn des Lebens weiß und bloß auf dem zweifelhaften Verstandesweg zu dem zurückkehren möchte, was allen bekannt ist? Lassen wir doch mal die Kinder allein etwas erarbeiten, Geschirr anfertigen, sich die Milch melken und so weiter. Würden sie Unfug treiben? Sie würden hungers sterben. Lassen wir doch mal uns mit unseren Leidenschaften und Gedanken allein, ohne einen Begriff von dem einen Gott und Schöpfer oder ohne Begriff des Guten, ohne Erläuterung des sittlich Bösen. Baut doch mal irgendetwas auf ohne diese Begriffe. Wir machen nur kaputt, da wir geistig satt sind. Kinder sind wir. Woher stammt mein freudiges, mit dem Bauern geteiltes Wissen, das allein mir Seelenfrieden gibt? Woher habe ich es? Ich, der ich erzogen bin in der Vorstellung Gottes, als Christ, dessen ganzes Leben erfüllt ist von geistigen Gütern, die mir das Christentum gegeben hat, der übervoll ist von diesen Gütern und lebt dank ihnen, ich bin wie die Kinder ohne Verständnis. Ich mache kaputt, das heißt, ich möchte kaputt machen, wovon ich lebe. Und sobald im Leben ein wichtiger Augenblick anbricht, gehe ich wie die Kinder, wenn sie frieren und hungern, zu ihm, und noch weniger als die Kinder, die von der Mutter für ihren Unfug gescholten werden, habe ich das Gefühl, meine kindlichen Versuche, vor Übermut über die Stränge zu schlagen, würden mir zur Last gelegt. Ja, was ich weiß, weiß ich nicht durch den Verstand. Es wurde mir gegeben, mir offenbart. Und ich weiß es durch das Herz, durch den Glauben an die Hauptsache, die die Kirche verkündet. Die Kirche? Die Kirche, sagte sich Lewin noch einmal, legte sich auf die andere Seite und gestützt auf den Arm blickte er ins Weite, zu der Herde, die am anderen Ufer zum Fluss hinabstieg. Aber kann ich denn an alles glauben, was die Kirche verkündet? überlegte er, da er sich selbst prüfen und alles bedenken wollte, was seine jetzige Ruhe zerstören könnte. Absichtlich rief er sich die Kirchenlehren ins Gedächtnis, die ihm stets am Sonderbarsten erschienen und eine Versuchung gewesen waren. Und die Schöpfung? Doch womit erkläre ich das Seinde? Mit dem, was ist? Gar nicht? Und Teufel? Und Sünde? Doch womit erkläre ich das Böse? Und der Heiland? Aber ich weiß nichts, gar nichts und kann nichts wissen, außer dem, was mir mitsamt allen anderen gesagt wurde. Und ihm war jetzt, als gäbe es in der Kirche keinen einzigen Glaubenssatz, der die Hauptsache zerstörte, den Glauben an Gott und an das Gute als die alleinige Bestimmung des Menschen. Unter jedem Glaubenssatz der Kirche könnte der Glaubenssatz stehen, Recht schaffen und nicht nach Bedürfnissen solle man handeln. Und jeder Glaubenssatz stünde dem nicht im Weg, sondern wäre unerlässlich, damit die Hauptsache geschehe, jenes auf der Welt sich ständig vollziehende Wunder, das darin besteht, dass es jedem Einzelnen zusammen mit Millionen verschiedenartigster Menschen, weiser und gottesnahen Kinder und Kreise, zusammen mit allen, mit dem Bauern, mit Lwov, mit Kitty, mit Bettlern und Zaren möglich ist, ohne zu zweifeln, ein und dasselbe zu verstehen und jenes Seelenleben zu entfalten, für das Alleines zu leben lohnt und das Allein wir wertschätzen. Auf dem Rücken liegend schaute er nun in den hohen, wolkenlosen Himmel. Weiß ich denn nicht, dass das ein unendlicher Raum ist und kein Gewölbe? Aber wie sehr ich auch die Augen zusammenkneife und mein Sehen anstrenge, ich kann den Himmel doch nicht anders als gewölbt und begrenzt sehen. Und trotz meines Wissens um die Endlosigkeit des Raums habe ich zweifellos Recht, wenn ich ein festes, blaues Gewölbe sehe. Ich habe mehr Recht, als wenn ich mich anstrengte, weiterzusehen. Levin hatte schon zu denken aufgehört und horchte gleichsam nur noch auf die geheimnisvollen Stimmen, die sich freudig und geschäftig untereinander besprachen. Sollte das der Glaube sein? dachte er seinem Glück nicht trauend. Mein Gott! Ich danke dir! stieß er hervor, schluckte das aufsteigende Schluchzen hinunter und wischte sich mit beiden Händen die Tränen ab, die ihm in den Augen standen. 14 Levin schaute gerade aus und sah die Herde. Dann erblickte er seinen Karren, den vorgespannten Woran und den Kutscher, der zur Herde fuhr und dort mit dem Hirten etwas beredete. Dann hörte er das Räderrasseln und Schnauben des wohlgenährten Pferdes schon in seiner Nähe, aber er war so in seine Gedanken vertieft, dass er gar nicht überlegte, weshalb der Kutscher zu ihm gefahren kam. Das wurde ihm erst bewusst, als der Kutscher ganz nah war und ihn rief. Die gnädige Frau schicken mich! Ihr Herr Bruder ist eingetroffen! Und noch ein Herr! Levin stieg in den Karren und nahm die Leinen. Wie vom Schlaf erwacht, konnte Levin sich lange nicht besinnen. Er schaute auf das wohlgenährte Pferd, das zwischen den Schenkeln und am Hals, wo die Riemen scheuerten, schaumbedeckt war, schaute auf den Kutscher Ivan, der neben ihm saß, und rief sich ins Gedächtnis, dass er den Bruder erwartet hatte, dass seine Frau sich bestimmt Sorgen machte über sein langes Ausbleiben, und suchte zu erraten, wer der mit seinem Bruder eingetroffene Gast war. Sowohl der Bruder wie seine Frau wie der unbekannte Gast stellten sich ihm nun anders dar als früher. Ihm war, als wäre sein Verhältnis zu allen Menschen nun bereits ein anderes. Mit meinem Bruder wird es nicht mehr zu dieser Fremdheit kommen, die stets zwischen uns stand. Es wird nicht zu Streit kommen. Mit Kitty wird es nie mehr zu Zank kommen. Mit dem Gast, wer's auch sein mag, werde ich sanft und gut umgehen. Mit den Leuten, mit Ivan, alles wird anders sein. Während er das wackere Pferd, das vor Ungeduld schnaubte und vorwärts drängte, an der kurzen Leine hielt, schaute er auf den neben ihm sitzenden Ivan, der nicht wußte, wohin mit seinen untätigen Händen darum unablässig sein Hemd straff zog, und suchte nach einem Vorwand, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Er wollte sagen, Ivan habe den Deichselriemen unnötig hochgezogen, aber das hätte wie ein Vorwurf geklungen, und er wollte gern ein liebevolles Gespräch. Doch kam ihm nichts anderes in den Sinn. Wenn Sie rechts halten wollten, da ist ein Baumstumpf, sagte der Kutscher und korrigierte Lewin am Lenkseil. Bitte greif nicht ein und belehre mich nicht. Die Einmischung des Kutschers ließ Lewin heftig aufbrausen. Genauso wie ihn eine solche Einmischung auch sonst hätte aufbrausen lassen, und Lewin merkte bekümmert, wie falsch die Annahme war, seine Seelenverfassung könnte ihn bei der Berührung mit der Wirklichkeit schlagartig verändern. Eine Viertelverst vom Haus entfernt erblickte Lewin Grisha und Tanja, die ihm entgegengelaufen kamen. »Onkel Kostja, Mama kommt auch, und der Opa und Sergej Ivanić, und noch jemand«, sagten sie, als sie auf den Karren kletterten. »Wer denn? Ganz furchtbar ist der und macht so mit den Armen!« Tanja richtete sich im Karren auf und ahmte Katawassow nach. »Ein alter oder ein junger?« fragte Lewin lachend. An Tanjas Darbietung kam ihm irgendwas bekannt vor. »Oh, wäre es nur kein unangenehmer Mensch«, dachte Lewin. Kaum hatte er nach einer Wegbiegung die Entgegenkommenden erblickt, erkannte er unterm Strohhut Katawassow, der beim Gehen tatsächlich so mit den Armen furchtelte, wie Tanja es vorgemacht hatte. Katawassow ließ sich gerne über Philosophie aus. Seine Vorstellung davon stammte jedoch von Naturwissenschaftlern, die sich nie mit Philosophie befasst hatten. Auch in Moskau hatte Lewin in letzter Zeit viel mit ihm gestritten. Und eines dieser Gespräche, bei dem Katawassow offenbar gemeint hatte, er habe die Oberhand gewonnen, war nun das Erste, was Lewin einfiel, als er ihn erkannte. »Nein, streiten und leichtfertig meine Gedanken äußern werde ich auf gar keinen Fall mehr«, überlegte er. Lewin stieg aus dem Karren, begrüßte den Bruder und Katawassow und fragte nach seiner Frau. »Sie hat mit ihr in den Kollack gebracht. Das war der Wald unweit des Hauses. Sie wollte ihn dort schlafen lassen, im Haus ist es so heiß«, sagte Dolly. Lewin hatte seiner Frau immer abgeraten, das Kind in den Wald zu bringen, da er das für gefährlich hielt. Und die Nachricht berührte ihn unangenehm. »Sie schwirrt mit ihm von einem Ort zum anderen«, sagte der Fürst lächelnd. »Ich habe ihr geraten, es mal mit dem Eiskeller zu versuchen.« »Sie wollte zum Bienengarten kommen, denn sie meinte, du wärst dort. Und wir gehen auch dorthin«, sagte Dolly. Sergej Ivanovich blieb ein wenig hinter den anderen zurück, gesellte sich zum Bruder und fragte, »Na, was treibst du?« »Ach, nichts Besonderes. Wie immer. Kümmere mich um die Wirtschaft«, erwiderte Lewin. »Und du? Bleibst du eine Weile?« »Wir haben dich längst erwartet.« »An die zwei Wochen sehr viel zu tun in Moskau.« Bei diesen Worten trafen sich die Augen der Brüder. Und trotz Lewins fortwährendem und jetzt besonders starken Wunsch, ein freundschaftliches und vor allem schlichtes Verhältnis zu seinem Bruder zu unterhalten, spürte er, dass er verlegen war, wenn er ihn ansah. Er schlug die Augen nieder und wusste nicht, was er sagen sollte. In Gedanken ging Lewin die Gesprächsgegenstände, durch die Sergej Ivanovich angenehm wären, und ihn vom Gespräch über den serbischen Krieg und die slawische Frage ablenken könnten, auf die er mit seiner Bemerkung über Moskau angespielt hatte. Und er fing von Sergej Ivanovichs Buch an. »Na, gab es Rezensionen zu deinem Buch?« fragte er. Sergej Ivanovich musste über die Absicht der Frage lächeln. »Das kümmert jetzt niemanden und mich am allerwenigsten,« sagte er. »Schauen Sie, Darja Aleksandrovna, da zieht Regen auf,« fügte er hinzu und deutete mit dem Schirm auf die weißen Wölkchen, die sich über den Espenwipfeln anzeigten. Und diese Worte genügten, dass das nicht feindselige, aber kalte Verhältnis, das Lewin hatte vermeiden wollen, sich zwischen den Brüdern wieder einstellte. Lewin ging zu Katawassow. »Wie gut haben Sie daran getan, dass Sie die Idee hatten, herzukommen,« sagte er zu ihm. »Ich wollte es ja längst. Jetzt werden wir uns unterhalten. Schauen wir mal. Haben Sie Spencer gelesen?« »Nein, ich bin noch nicht durch,« sagte Lewin. »Im Übrigen kann ich ihn jetzt nicht brauchen.« »Wie das! Interessant!« »Weshalb?« »Also ich bin endgültig zu der Überzeugung gekommen, dass ich eine Antwort auf die mich beschäftigenden Fragen bei ihm und seinesgleichen nicht finden werde. Jetzt...« Doch mit einem Mal verblüffte ihn Katawassows gelassener und heiterer Gesichtsausdruck. Ihn dauerte dermaßen, dass er seine Stimmung mit diesem Gespräch offenbar zerstören würde, dass er seines Vorsatzes ein Gedenk innehielt. »Im Übrigen, davon reden wir später,« fügte er hinzu. »Wenn zum Bienengarten, dann hier lang, auf diesem Pfad,« erklärte er allen. Auf dem schmalen Pfad gelangten sie zu einer ungemähten Lichtung, die auf der einen Seite gänzlich von leuchtendem Wachtelweizen bedeckt war, zwischen dem allenthalben die hohen, dunkelgrünen Stauden des weißen Germers aufragten, und dort ließ Lewin seine Gäste im dichten, frischen Schatten junger Espen Platz nehmen, auf einer Bank und auf Holzklötzen, bereitgestellt für Besucher des Bienengartens, die sich vor den Bienen fürchteten, und er selbst ging hinter die Umzäunung, um Kindern und Erwachsenen Brot, Gurken und frischen Honig zu bringen. Bemüht, sich möglichst nicht rasch zu bewegen und auf die immer häufiger vorbeifliegenden Bienen horchend, gelangte er auf dem Pfad zur Hütte. Unmittelbar vor der Diele verfing sich eine Biene in seinem Bart und sirrte, aber er konnte sie behutsam frei bekommen. In der schattigen Diele nahm er sein am Nagel hängendes Netz von der Wand, zog es über und steckte die Hände in die Taschen. Und so trat er in den umzäunten Bienengarten, wo auf dem abgemähten Platz in akkuraten Reihen, mit Bast an Pfähle gebunden, die alten Bienenstöcke standen, alle mit ihrer Geschichte, alle ihm bekannt, und am Flechtzaun entlang die Jungen in diesem Jahr erst besetzten Stöcke. Vor den Fluglöchern schwirrte es nur so von kreisenden und sich an einer Stelle drängenden tanzenden Bienen und Drohnen, und dazwischen flogen ständig in einer Richtung hin zum Wald, zu den blühenden Linden und zurück zu den Bienenstöcken die Arbeitsbienen und brachten Höschen um Höschen. In den Ohren klangen ihm unablässig die verschiedenartigsten Töne, mal eine beschäftigte, rasch vorbeisausende Arbeiterin, mal ein rörender, müßiger Drohn, mal erregte vor dem Feind ihre Haarbeschützende zum Stechen bereite Wachbienen. Jenseits des Zauns hobelte der alte Bienenvater einen Fass reif und sah Lewin nicht. Ohne ihn zu rufen, blieb Lewin mitten im Bienengarten stehen. Er war froh, über die Gelegenheit allein zu sein, um sich zu besinnen. Angesichts einer Wirklichkeit, die seine Stimmung schon derart heruntergezogen hatte. Ihm fiel ein, dass er sich bereits über Ivan geärgert, dem Bruder Kälte gezeigt und leichtfertig mit Katawassow geredet hatte. Sollte es tatsächlich nur die Stimmung eines Augenblicks gewesen sein und spurlos vergehen, überlegte er. Aber im gleichen Moment war er in seine Stimmung zurückgekehrt und spürte voll Freude, dass sich etwas Neues und Wichtiges in ihm vollzogen hatte. Die Wirklichkeit hatte den Seelenfrieden, zu dem er gefunden hatte, nur kurzzeitig überdeckt. Er war in ihm jedoch unversehrt. Genauso wie die Bienen, die ihn nun umschwirrten, bedrohten und ablenkten und seine körperliche Ruhe raubten, ihn veranlassten, sich klein zu machen, um ihnen auszuweichen, so hatten die Sorgen von dem Moment an, als er den Karren bestieg, ihn umringt und ihm die seelische Freiheit geraubt. Aber das dauerte nur so lange, als er mitten unter ihnen war. Wie seine Körperkraft trotz der Bienen unversehrt war, so war auch die ihm neu bewusst gewordene Geisteskraft in ihm unversehrt. 15 Weißt du, Kostja, mit wem Sergej Ivanovic hergereist ist, sagte Dolly, als sie den Kindern Gurken und Honig zugeteilt hatte, mit Wronski. Er geht nach Serbien. Und das nicht allein? Auf eigene Kosten nimmt er eine Schwadron mit, sagte Katawassow. Das passt zu ihm, sagte Lewin. Gehen denn immer noch Freiwillige dorthin, fügte er hinzu nach einem Blick auf Sergej Ivanovic? Sergej Ivanovic antwortete nicht. Mit dem stumpfen Messerende holte er aus einer Tasse, in der die Ecke einer weißen Honigwabe lag, vorsichtig eine am ausgeflossenen Honig klebende noch lebende Biene heraus. Und wie, Sie hätten sehen sollen, was gestern auf dem Bahnhof los war, sagte Katawassow und biss knackend in eine Gurke. Also, wie soll man das verstehen? Um Himmels Willen erklären Sie mir, Sergej Ivanovic, »Wohin fahren alle diese Freiwilligen? Gegen wen führen Sie Krieg?« fragte der alte Fürst offenbar in Fortsetzung eines Gesprächs, das noch ohne Lewin begonnen hatte. Gegen die Türken, erwiderte mit gelassenem Lächeln Sergej Ivanovic. Er hatte die hilflos die Beinchenbewegende vom Honig dunkle Biene frei bekommen und setzte sie nun vom Messer auf ein kräftiges Espenblatt. »Aber wer hat denn den Türken den Krieg erklärt?« »Ivan Ivanovic Ragozov? Und Gräfin Lydia Ivanovna samt Madame Stahl?« »Niemand hat den Krieg erklärt, sondern die Menschen haben Mitgefühl für das Leiden ihrer Nächsten und wollen ihnen helfen«, sagte Sergej Ivanovic. »Aber der Fürst spricht nicht von Hilfe.« Lewin trat für den Schwiegervater ein, sondern von Krieg. Der Fürst sagt, Privatpersonen könnten nicht ohne Erlaubnis der Regierung an einem Krieg teilnehmen. »Kostja, schau eine Biene! Wirklich, wir wären alle gestochen!« Dolly wedelte eine Wespe fort. »Das ist keine Biene, das ist eine Wespe«, sagte Lewin. »Aha, aha! Und was hätten Sie für eine Theorie?« sagte Katawass auf lächelnd. Er forderte Lewin offenbar zum Streitgespräch heraus. »Warum haben Privatpersonen nicht das Recht?« »Meine Theorie wäre dies. Der Krieg ist einerseits eine derart animalische, grausame, schreckliche Sache, dass kein Mensch, schon gar nicht ein Christ, es persönlich verantworten kann, einen Krieg zu beginnen. Das kann nur eine Regierung, die dazu berufen ist und sich einem Krieg stellen muss. Andererseits sagt sowohl die Wissenschaft wie der gesunde Menschenverstand, dass die Bürger in Staatsangelegenheiten, besonders in Sachen Krieg, auf ihren persönlichen Willen verzichten müssen. Sergej Ivanovich und Katawassow hoben gleichzeitig mit ihren schon fertigen Einsprüchen an. »Das ist ja der Witz, mein Bester, dass es Fälle geben kann, wenn die Regierung nicht den Willen der Bürger erfüllt und dann verkündet die Gesellschaft ihren Willen«, sagte Katawassow. Aber Sergej Ivanovich belichte diesen Einspruch offenbar nicht. Er runzelte zu Katawassows Worten die Stirn und sagte etwas anderes. »Du hast Unrecht, die Frage so zu stellen. Da geht es nicht um eine Kriegserklärung, sondern schlicht um die Äußerung eines menschlichen, christlichen Gefühls. Getötet werden Brüder gleichen Blutes und gleichen Glaubens und gar nicht so sehr Brüder gleichen Glaubens, sondern schlicht Kinder, Frauen und Alte. Das Gefühl empört sich und russische Menschen laufen hin, um mitzuhelfen, diesem Grauen ein Ende zu setzen. Stell dir vor, du würdest eine Straße lang gehen und sehen, wie Betrunkene eine Frau oder ein Kind schlagen. Ich denke, du würdest nicht erst fragen, ob diesem Menschen der Krieg erklärt wurde, sondern würdest dich zur Verteidigung auf ihn stürzen. Würde ihn aber nicht töten, sagte Lewin. Doch, du würdest ihn töten. Ich weiß nicht. Wenn ich so etwas sehen würde, ließe ich mich unmittelbar von meinem Gefühl leiten, im Voraus kann ich das nicht sagen. Solch ein unmittelbares Gefühl für die unterjochten Slaven gibt es jedoch nicht und kann es nicht geben. Vielleicht für dich nicht, für andere gibt es das schon. Sergej Ivanovic schrunzelte unzufrieden die Stirn. Im Volk sind Legenden über die Rechtgläubigen lebendig, die unterm Joch der ruchlosen Muselmänner leiden. Das Volk hat vom Leiden seiner Brüder erfahren und seine Stimme erhoben. Vielleicht, meinte Lewin ausweichend, aber ich sehe das nicht. Ich bin selbst das Volk und ich fühle das nicht. Ich auch nicht, sagte der Fürst. Ich war im Ausland, habe Zeitungen gelesen und gebe zu, dass mir noch vor den bulgarischen Schreckensmeldungen nicht in den Kopf wollte, weshalb alle Russen mit einem Mal die slawischen Brüder so liebgewonnen hatten, während ich keinerlei Liebe für sie empfand. Ich war sehr betrübt. Ich dachte, ich sei aus der Art geschlagen oder Karlsbad habe auf mich diese Wirkung. Aber als ich wieder zurück war, beruhigte ich mich, da ich gesehen habe, dass es auch außer mir noch Menschen gibt, die sich nur für Russland interessieren und nicht für die slawischen Brüder. So auch Konstantin. Persönliche Meinungen haben da nichts zu bedeuten, sagte Sergej Iwanowitsch. Persönliche Meinungen sind unerheblich, da ganz Russland das Volk seinen Willen bekundet hat. Aber entschuldigen Sie, ich sehe das nicht. Das Volk weiß doch von nichts, sagte der Fürst. Doch, Papa, wieso denn nicht? Und am Sonntag in der Kirche? Dolly hatte dem Gespräch gelauscht. Gib mir doch bitte ein Handtuch, sagte sie zu dem Alten, der lächelnd auf die Kinder schaute. Es kann ja nicht sein, dass alle... Was heißt am Sonntag in der Kirche? Der Priester hatte den Auftrag, etwas vorzulesen, das hat er getan. Sie haben nichts begriffen, haben gesäufzt, wie bei jeder Predigt, fuhr der Fürst fort. Dann wurde ihnen gesagt, in der Kirche werde für eine Sache gesammelt. Nun, zum Seelenheil zog da jeder seine Kopeke raus und gab sie her. Doch wofür, wissen Sie selbst nicht. Es kann nicht sein, dass das Volk es nicht weiß. Ein Bewusstsein von seinen Geschicken hat das Volk immer und in Momenten wie diesen wird es ihm klar, sagte Sergej Ivanović, den Blick auf den alten Bienenvater gerichtet. Der schöne Alte mit dem graudurchsetzten schwarzen Bart und dem dichten, silbrigen Haar stand unbeweglich, er hielt das Gefäß mit dem Honig und blickte liebevoll und gelassen von der Höhe seines Wuchses auf die Herrschaften, offenbar ohne etwas zu begreifen oder begreifen zu wollen. Ja, so ist es, sagte er auf Sergej Ivanovićs Worte und nickte bedeutsam. Fragt ihn doch. Er weiß nichts und denkt auch gar nicht daran, sagte Lewin. Hast du von dem Krieg gehört, Michailic, sprach er ihn an. Was da in der Kirche vorgelesen wurde, was denkst du? Müssen wir Krieg führen für die Christenmenschen? Was sollen wir denken? Alexander Nikolaic, der Kaiser, der hat uns bedacht. Er bedenkt uns ja in allen Dingen. Er weiß es besser. Soll ich nicht noch Brot bringen? Kriegt der Bub noch was? Fragte er Darja Aleksandrovna und deutete auf Grisha, der am letzten Stück Rinde kaute. Ich brauche nicht zu fragen, sagte Sergej Ivanović. Wir haben hunderte und aberhunderte Menschen gesehen und sehen sie noch, die alles stehen und liegen lassen, um der gerechten Sache zu dienen, von allen Ecken und Enden Russlands kommen und ihre Idee und ihr Ziel direkt und deutlich zum Ausdruck bringen. Sie leisten ihr Schärflein oder gehen selbst und sagen direkt, weshalb. Was heißt das wohl? Es heißt meiner Meinung nach, sagte Lewin, der sich zu ereifern begann, dass in einem 80 Millionen Volk sich immer Menschen finden, nicht nur hunderte wie jetzt, sondern zehntausende, die ihre Position in der Gesellschaft eingebüßt haben, draufgängerische Menschen, die immer bereit sind, ob in die Bande Pugatschovs oder nach Chiva, nach Serbien. Ich sage dir doch, es sind nicht nur hunderte und keine draufgängerischen Menschen, sondern die besten Vertreter des Volkes. Sergej Ivanovic war so aufgebracht, als verteidigte er seine letzte Habe. Und die Opfer gaben? Da drückt doch direkt das ganze Volk seinen Willen aus. Dieses Wort Volk ist so unbestimmt, sagte Lewin. Amtsschreiber, Lehrer und bei den Bauern einer von tausend wissen vielleicht, worum es geht. Die übrigen 80 Millionen drücken wie Michailitsch gar nicht ihren Willen aus, vielmehr haben sie nicht die geringste Ahnung, worüber sie ihren Willen ausdrücken sollen. Was für ein Recht haben wir zu der Aussage, das sei der Wille des Volkes? 16. Sergej Ivanovic in Dialektik erfahren, widersprach nicht, sondern lenkte das Gespräch sofort auf ein anderes Terrain. Ja, wenn du rein rechnerisch den Geist des Volkes erfassen möchtest, ist es natürlich sehr schwierig. Und eine Stimmabgabe ist bei uns nicht eingeführt und kann nicht eingeführt werden, weil das den Willen des Volkes auch nicht ausdrückt. Dafür gibt es jedoch andere Wege. Das spürt man in der Luft, das spürt man mit dem Herzen. Ganz zu schweigen von jenen Strömungen unter Wasser, die im stehenden Meer des Volkes in Bewegung geraten sind, für jeden unvoreingenommenen Menschen sichtbar. Schau dir doch nur die Gesellschaft im engeren Sinne an. All die unterschiedlichen Parteien in der gebildeten Welt, die einander früher so feind waren, sind in eins verschmolzen. Jeglicher Hader hat ein Ende. Alle Organe der Gesellschaft sagen unisono dasselbe. Alle spüren die Elementarkraft, die sie erfasst hat und in dieselbe Richtung trägt. Ja, die Zeitungen sagen alle ein und dasselbe, warf der Fürst ein. Das stimmt. Dermaßen ein und dasselbe, es klingt wie Frösche vor dem Gewitter. Ihretwegen ist nichts zu hören. Frösche hin oder her, ich gebe keine Zeitungen heraus und mag sie nicht verteidigen. Ich spreche vielmehr von der Einmütigkeit in der gebildeten Welt, sagte Sergej Ivanovic zum Brudergewand. Lewin wollte antworten, aber der alte Fürst kam ihm zuvor. Also zu dieser Einmütigkeit ließe sich noch manches sagen, meinte der Fürst. Meinen Herrn Schwiegersohn, Stepan Arkadijitsch, den kennen Sie ja. Er bekommt jetzt den Posten eines Komiteemitglieds der Kommission und so weiter, was weiß ich nicht mehr. Bloß, zu tun gibt es da gar nichts. Nun Dolle, das ist kein Geheimnis. Dafür 8000 Gehalt. Fragen Sie ihn doch mal, ob sein Dienst von Nutzen sei. Er wird Ihnen beweisen, es gebe nichts Notwendigeres. Und er ist ein aufrichtiger Mensch, aber an den Nutzen von 8000 muss man einfach glauben. Ja, er bat mich, Darja Aleksandrovna den Erhalt des Postens mitzuteilen, sagte Sergej Ivanovic missmutig, da er fand, der Fürstrede nicht zur Sache. Genauso ist es mit der Einmütigkeit der Zeitungen. Mir hat das jemand so gedeutet, sobald es Krieg gibt, nehmen Sie doppelt so viel ein. Wie sollen Sie dann nicht meinen, dass die Geschicke des Volkes und der Slaven und all das? Ich mag viele Zeitungen nicht, aber das ist ungerecht, sagte Sergej Ivanovic. Ich würde nur eine Bedingung stellen, fuhr der Fürst fort. Alfons Karr hat das vor dem Krieg mit Preußen wunderbar formuliert. Sie meinen, ein Krieg sei notwendig? Wunderbar. Wer den Krieg predigt, kommt in eine besondere vorgeschobene Legion und dann auf zum Sturm zur Attacke, allen voran. Die würden mir schön aussehen, die Redakteure. Katawassow lachte dröhnend, da er sich Redakteure, die er kannte, in dieser erlesenen Legion vorstellte. Tja, sie werden davonlaufen, meinte Dolly, werden bloß stören. Und falls sie flüchten, werden von hinten Kartetschen eingesetzt oder Kosaken mit Peitschen, sagte der Fürst. Das ist ein Scherz. Ein unguter Scherz, verzeihen Sie mir, Fürst, sagte Sergej Ivanovic. Ich sehe nicht, wieso das ein Scherz ist. Es ist, hob Lewin an, aber Sergej Ivanovic unterbrach ihn. Jedes Mitglied der Gesellschaft ist berufen, das Seine zu tun. Das, was ihm entspricht, sagte er. Und Geistesmenschen erfüllen das Ihre, wenn sie die öffentliche Meinung zum Ausdruck bringen. Und die einhellige und umfassende Darstellung der öffentlichen Meinung ist ein Verdienst der Presse und zugleich eine erfreuliche Erscheinung. Vor 20 Jahren hätten wir geschwiegen, jetzt aber ist die Stimme des russischen Volkes zu hören, welches bereit ist, aufzustehen wie ein Mann und bereit ist, sich für die unterjochten Brüder aufzuopfern. Das ist ein grandioser Schritt und ein Vorgriff auf Stärke. Aber es geht ja nicht nur ums Opfern, sondern darum, Türken zu töten, warf Lewin scheu ein. Das Volk opfert gern für sein Seelenheil und ist immer bereit dazu. Aber nicht fürs Töten, fügte er hinzu, dabei verknüpfte er das Gespräch unwillkürlich mit den Gedanken, die ihn so beschäftigten. Wieso Seelenheil? Seele ist, Sie verstehen, für einen Naturwissenschaftler, ein schwieriger Ausdruck. Was ist das denn, die Seele? sagte Katawassow lächelnd. Ach, das wissen Sie doch. Bei Gott, ich habe nicht die geringste Ahnung, Katawassow lachte dröhnend. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, sagte Herr. Entgegnete seinerseits Sergej Ivanovic und führte damit schlicht und wie selbstverständlich jene Bibelstelle an, die Lewin stets am meisten irritierte. Ja, so ist es, wiederholte der Alte, der neben ihnen stand, als Antwort auf einen Blick, der zufällig auf ihn gefallen war. Na bitte, mein Beste, Sie sind geschlagen, vollkommen geschlagen, rief Katawassow vergnügt. Lewin wurde rot vor Ärger, nicht weil er geschlagen war, sondern weil er sich nicht zurückgehalten und auf das Streitgespräch eingelassen hatte. Nein, ich darf nicht streiten mit Ihnen, überlegte er. Sie haben einen undurchdringlichen Panzer und ich bin nackt. Er sah, dass sein Bruder und Katawassow nicht zu überzeugen waren und noch weniger sah er eine Möglichkeit, ihnen zuzustimmen. Was sie predigten, war jener Hochmut des Geistes, der ihn fast zugrunde gerichtet hätte. Er konnte nicht zustimmen, dass einige Dutzend Menschen, darunter sein Bruder, das Recht haben sollten, aufgrund dessen, was ihnen Hunderte in die Hauptstadt gekommener, schönrednerischer Freiwillige erzählt hatten, nun zu sagen, sie und die Zeitungen brächten Willen und Gedanken des Volkes zum Ausdruck, zumal Gedanken, die auf Rache und Totschlag hinausliefen. Er konnte dem nicht zustimmen, weil er im Volk, in dessen Mitte Erlebte, diese Gedanken nicht ausgedrückt sah und sie auch in sich nicht fand und sich selbst konnte er nicht anders sehen denn als einen der Menschen, die das russische Volk bildeten. Und vor allem, weil er zusammen mit dem Volk nicht wusste, nicht wissen konnte, worin das Gemeinwohl bestand, aber sicher wusste, dass es nur möglich war, dieses Gemeinwohl zu erlangen, wenn jenes Gesetz des Guten, das sich jedem Menschen offenbart, streng befolgt wurde. Und darum konnte er keinen Krieg wollen und irgendwelcher allgemeinen Ziele wegen den Krieg predigen. Er sagte zusammen mit Michailitsch und dem Volk, das seine Gedanken in der Überlieferung von der Berufung der Varäger ausgedrückt hat, seid Fürsten und herrscht über uns. Wir versprechen euch freudig völligen Gehorsam. Alle Mühen, alle Demütigungen, alle Opfer nehmen wir auf uns. Aber nicht wir richten und entscheiden. Und jetzt hatte das Volk nach Sergej Ivanovic's Worten auf dieses so teuer erkaufte Recht verzichtet. Er hätte gerne noch gesagt, wenn die öffentliche Meinung ein so unfehlbarer Richter sei, wieso dann die Revolution, die Kommunen nicht ebenso rechtens wären wie die Bewegung zugunsten der Schlaven. Aber das waren alles Gedanken, die nichts lösen konnten. Eines war zweifellos zu sehen, nämlich, dass derzeit das Streitgespräch Sergej Ivanovic verdross. Und deshalb war es von Übel noch weiter zu disputieren. So schwieg Lewin und lenkte die Aufmerksamkeit der Gäste darauf, dass die Wölkchen sich verdichtet hatten und es besser wäre, vor dem Regen nach Hause zu gehen. 17 Der Fürst und Sergej Ivanovic stiegen in den Karren und fuhren. Die übrige Gesellschaft ging schleunigen Schrittes zu Fuß nach Hause. Aber die Wolkenfront zog bald weißer, bald schwärzer so rasch heran, dass sie noch einen Schritt zulegen mussten, um es vor dem Regen nach Hause zu schaffen. Vorgeschobene Wolken, tiefhängend und schwarz wie rußdurchsetzter Rauch, jagten in ungewöhnlichem Tempo über den Himmel. Bis zum Haus waren es noch 200 Schritt, da kam schon der Wind und auf jeden unter unter den Schutz und und Katerina Sonnen und das halbe und Feld geschoben und bewegte sich rasch auf den Kolak zu. Die Nässe des Regens zersprengt in winzige Tropfen war in der Luft zu spüren. Den Kopf vorgebeugt und gegen den Wind ankämpfend, der ihm die Tücher entreißen wollte, hatte Lewin schon fast den Kolak erreicht und sah schon hinter der Eiche etwas Weißes, da blitzte mit einem Mal alles auf, entflammte die ganze Erde und schien überm Kopf das Himmelsgewölbe zu bersten. Als Lewin die geblendeten Augen öffnete, erblickte er durch den dichten Regenvorhang, der ihn jetzt von Kolak trennte, zuallererst und entsetzt die seltsam veränderte Lage des vertrauten grünen Eichenwipfels in der Waldesmitte. Hat es sie womöglich getroffen, konnte Lewin gerade noch denken, da verschwand in schnellerer und schnellerer Bewegung der Eichenwipfel hinter den anderen Bäumen und erhörte das Krachen des großen Baums, der auf die anderen Bäume fiel. Das Licht des Blitzes, das Grollen des Donners und das Gefühl, wie Kälte Fuhren entsetzend. Mein Gott, mein Gott, ja nicht auf sie, sprach er. Und obwohl er sogleich dachte, wie sinnlos seine Bitte war, sie sollten von der nun schon gefallenen Eiche nicht erschlagen sein, wiederholte er sie, da er wußte, Besseres als dieses sinnlose Beten konnte er jetzt nicht tun. Als er die Stelle erreichte, wo sie sich gewöhnlich aufhielten, fand er sie nicht. Sie waren am anderen Ende des Waldes unter einer alten Linde und riefen ihn. Zwei Gestalten in dunklen Kleidern, sie hatten helle getragen, standen da und beugten sich über etwas. Es waren Kitty und die Kinderfrau. Der Regen hatte schon stark nachgelassen und es wurde heller, als Lewin zu ihnen gerannt kam. Der Rocksaum der Kinderfrau war trocken, aber Kittys Kleid war völlig durchnässt und klebte an ihr. Obwohl es nicht mehr regnete, standen sie immer noch in der Haltung, die sie eingenommen hatten, als das Gewitter losbrach. Beide standen da, gebeugt über das Wägelchen mit dem grünen Schirm. Am Leben unversehrt? Gott sei Dank, stieß er hervor, während er mit seinem schlappenden vollgelaufenen Schuh durch noch nicht rummten Hut hervor. Wie kannst du nur? Ich begreife nicht, wie man derart unvorsichtig sein kann, fiel er ärgerlich über seine Frau her. Ich bin weiß Gott nicht schuld. Gerade wollten wir fort, da machte er alles voll, wir mussten in trocken liegen. Wir wollten gerade, begann Kitty sich zu rechtfertigen. Mitya war unversehrt, lag trocken und schlief ohne Unterlass. Ach, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was ich rede. Sie sammelten die nassen Windeln ein, die Kinderfrau nahm das Kind heraus und trug es. Lewin ging neben seiner Frau her. Und schuldbewusst wegen seines Ärgers drückte er ihr, von der Kinderfrau unbemerkt, die Hand. 18 Im an denen gleichsam nur die Außenseite von Lewins Geist teilnahm und trotz seiner Enttäuschung über die Veränderung, die sich in ihm hätte vollziehen müssen, spürte Lewin unablässig und voll Freude die Fülle seines Herzens. Nach dem Regen war es zu nass, um spazieren zu gehen, zumal auch die Gewitterwolken nicht vom Horizont verschwanden und bald dort, bald hier, grollend und schwarz am Rand des Himmels entlang zogen. Die ganze Gesellschaft verbrachte den Rest des Tages zu Hause. Streitgespräche wurden nicht mehr angezettelt. Im Gegenteil, nach dem Diner waren alle in bester Gemütsverfassung. Katawassov brachte zunächst die Damen mit seinen originellen Scherzen zum Lachen, die bei der ersten Bekanntschaft mit ihm stets so gefielen, aber dann schilderte er, von Sergej Ivanovic aufgefordert, seine sehr interessanten Beobachtungen über die unterschiedlichen Charaktere und sogar Physiognomien bei Männchen und Weibchen der Stubenpflege und über ihr Leben. Sergej Ivanovic war ebenfalls vergnügt und vom Bruder aufgefordert legte er beim T seine Sicht auf die Zukunft der orientalischen Frage dar und das so schlicht und gut, dass alle gebannt zuhörten. Nur Kitty konnte nicht bis zu Ende zuhören, sie wurde geholt, um Mitya zu baden. Ein paar Minuten nach Kittys Aufbruch wurde auch Lewin ins Kinderzimmer gerufen. Er ließ den T stehen, bedauerte ebenfalls, das interessante Gespräch unterbrechen zu müssen und zugleich beunruhigt, weshalb er gerufen wurde, da das nur in wichtigen Fällen vorkam, ging Lewin ins Kinderzimmer. Obwohl der nur halb gehörte Plan Sergej Ivanovic wie die befreite Welt der 40 Millionen Slaven zusammen mit Russland eine neue Epoche in der Geschichte einleiten müsse, ihm vollkommen neu war und ihn als etwas völlig Neues sehr interessierte, obwohl ihn Neugier und Sorge beunruhigten beunruhigten, weshalb er gerufen wurde, sobald er aus dem Salon trat und allein war, fielen ihm sofort seine morgendlichen Gedanken wieder ein. Und alle diese Überlegungen über die Bedeutung des slavischen Elements in der Weltgeschichte kamen ihm so unbedeutend vor im Vergleich zu dem, was in seiner Seele vorging, dass er im Nu alles vergessen hatte und sich in die Stimmung versetzte, in der er morgens gewesen war. Er rief sich jetzt nicht, wie früher oft, den ganzen Gedankengang ins Gedächtnis, das brauchte er nicht mehr. Er versetzte sich sofort in das Gefühl, das ihn geleitet hatte, das mit diesen Gedanken zusammenhing und fand in seiner Seele dieses Gefühl noch stärker und deutlicher vor als früher. Jetzt ging es ihm nicht, wie früher oft bei seinen ausgeklügelten Beruhigungen, wenn er wiederzufinden. Jetzt war ganz im Gegenteil, das Gefühl von Freude und Beruhigung lebhafter als früher, und das Denken konnte mit dem Gefühl nicht Schritt halten. Er ging über die Terrasse und schaute zu den beiden Sternen hoch, die sich am schon dunkleren Himmel abzeichneten, und plötzlich fiel ihm ein, ja, beim Blick zum Himmel dachte ich daran, dass das Gewölbe, das ich dabei habe ich etwas nicht zu Ende gedacht, mir selbst etwas verheimlicht, dachte er, aber was es auch sein mag, Einwände kann es nicht geben, ich brauche nur nachzudenken und alles klärt sich auf. Erst vor dem Kinderzimmer fiel ihm ein, was er sich selbst verheimlicht hatte, und zwar, wenn der wichtigste Gottesbeweis seine Offenbarung war, dass es das Gute gibt, wieso sollte Welches Verhältnis haben zu dieser Offenbarung die Glaubenslehren der Buddhisten, der Mohammedaner, die sich ebenfalls zum Guten bekennen und Gutes tun? Ihm war, als hätte er eine Antwort auf diese Frage, aber bevor er sie sich selbst formulieren konnte, war er schon im Kinderzimmer. Kitty stand mit aufgekrempelten Ärmeln vor der Badewanne, in der das Kind plätscherte, und als sie die Schritte sie den Kopf des pummeligen Kindes, das auf dem Rücken schwamm und die Beinchen spreizte, und mit der anderen, unter gleichmäßigem Anspannen der Muskeln, drückte sie über ihm den Schwamm aus. Nun schau doch, schau doch, sagte sie, als ihr Mann zu ihr trat, Agafja Michailovna hat recht, er erkennt uns. Es ging darum, dass Mitya offenbar seit diesem Tag die seinen zweifelsfrei erkannte. Sobald Lewin zur Wanne trat, wurde ihm gleich ein Experiment vorgeführt. Und dieses Experiment gelang voll auf. Die Köchin, die eigens dafür geholt wurde, ersetzte Kitty und beugte sich über das Kind. Es schaute mürrisch und schüttelte unwillig den Kopf. Kitty beugte sich über ihn, er lächelte strahlend, stemmte die Händchen gegen den Schwamm und pfuste mit den Lippen und das klang so zufrieden und sonderbar, dass nicht nur Kitty und die Kinderfrau, sondern auch Lewin mit einem Mal in Entzücken geriet. Das Kind wurde mit einer Hand aus der Wanne gehoben, mit Wasser übergossen, in ein Leintuch gehüllt, trocken gerieben und nach einem durchdringenden Schrei der Mutter übergeben. Also, ich bin froh, dass du ihn allmählich lieb gewinnst, sagte Kitty zu ihrem Mann, nachdem sie sich das Kind an der Brust ruhig am gewohnten Platz niedergelassen hatte. Ich bin sehr froh, denn das hat mich allmählich schon bekümmert. Du hattest gesagt, du würdest nichts für ihn empfinden. Nein. Habe ich denn gesagt, ich würde nichts empfinden? Ich habe nur gesagt, ich sei enttäuscht. Wie, die von ihm enttäuscht? Nicht von ihm enttäuscht, sondern von meinem Gefühl. Ich hatte mehr erwartet, ich hatte erwartet, gleichsam als Überraschung würde in mir ein neues, angenehmes Gefühl aufbrechen. Und stattdessen auf einmal Abscheu, Bedauern. Sie hörte ihm aufmerksam zu, über das Kind hinweg, und dabei zog sie über die schmalen Finger ihre Ringe, die sie abgelegt hatte, um Mitya zu baden, und vor allem viel mehr Angst und Bedauern als Freude. Heute nach dieser Angst während des Gewitters habe ich begriffen, wie sehr ich ihn lieb habe. Kitty lächelte strahlend. Bist du sehr erschrocken? fragte sie. Ich auch. Aber jetzt, wo es vorbei ist, ist es noch furchtbarer. Ich gehe mir die Eiche anschauen. Und wie nett Katawassov ist. Überhaupt war der ganze Tag so angenehm. Du bist auch zu Sergej Ivanovic so gut, wenn du nur möchtest. Na, zu ihnen. Nach dem Baden ist es hier immer heiß und dunstig. 19 Draußen vor dem Kinderzimmer wieder allein fiel Lewin gleich der Gedanke ein, an dem noch etwas unklar war. Statt sich in den Salon zu begeben, aus dem die Stimmen zu hören waren, blieb er auf der Terrasse stehen und aufs Geländer gelehnt schaute er zum Himmel hoch. Es war schon ganz dunkel und im Süden wohin er schaute waren keine Wolken. Die Wolken standen auf der gegenüberliegenden Seite. Dort zuckten Blitze und war ferner Donner zu hören. Lewin lauschte den gleichmäßig von den Linden in den Garten fallenden Tropfen und schaute zu dem ihm vertrauten Sternendreieck und der in seiner Mitte hindurchführenden Milchstraße mit ihrer Abzweigung. Bei jedem Aufzucken eines Blitzes verschwand nicht nur die Milchstraße, auch die hellen Sterne verschwanden, aber sobald der Blitz erloschen war, tauchten sie wie von treffsicherer Hand hingestreut an denselben Stellen wieder auf. Also, was irritiert mich? fragte sich Lewin. Dabei fühlte er im Voraus, dass die Auflösung seiner Zweifel, obwohl er sie noch nicht kannte, in seiner Seele schon bereit war. Ja, die einzig offenkundige, unanzweifelbare Erscheinung einer Gottheit, das sind die Gesetze des Guten, die der Welt als Offenbarung kundgetan wurden, die ich in mir fühle und in deren Anerkennung ich mich nicht vereinige mit den anderen Menschen, sondern ob ich will oder nicht vereinigt bin mit ihnen, in der alleinigen Gemeinschaft der Gläubigen die Kirche genannt wird und die Juden, die Mohammedaner, die Konfuziane, die Buddhisten, was sind denn sie? Er stellte sich die Frage, die ihm gefährlich erschienen war, sollten diese Abermillion Menschen jenes höchste Gut entbehren müssen, ohne dass ein Leben keinen Sinn hat? Er dachte nach, berichtigte sich jedoch umgehend. Wonach frage ich eigentlich, sagte er sich, ich frage nach dem Verhältnis zur Gottheit in all den verschiedenartigen Glaubensrichtungen der ganzen Menschheit. Ich frage nach dem Erscheinungsbild Gottes für die ganze Welt mit all diesen Nebelflecken. Was tue ich da? Mir persönlich, meinem Herzen steht zweifellos ein Wissen offen, das dem Verstand unerreichbar ist, doch ich möchte beharrlich mit dem Verstand und in Worten dieses Wissen ausdrücken. Weiß ich denn nicht, dass die Sterne nicht wandern, fragte er sich mit Blick auf einen hell leuchtenden Planeten, der in Bezug auf den höchsten Zweig der Birke seine Position schon verändert hatte. Aber wenn ich auf die Bewegung der Sterne blicke, kann ich mir die Drehung der Erde nicht vorstellen. Und ich habe recht, wenn ich sage, die Sterne wanderten. Und könnten dann die Astronomen irgendetwas begreifen und berechnen, wenn sie all die komplizierten verschiedenartigen Bewegungen der Erde mit berücksichtigen wollten. All ihre erstaunlichen Schlussfolgerungen über Entfernungen, Gewicht, Bewegungen und Abweichungen der Himmelskörper beruhen nur auf der sichtbaren Bewegung der Gestirne um die unbewegliche Erde. Auf genau der Bewegung, die ich jetzt vor mir habe und die für Millionen Menschen jahrhundertelang gegolten hat und immer gleich gewesen ist und sein wird und immer nachgeprüft werden kann. Und genauso wie die Schlüsse der Astronomen unnütz und unzuverlässig wären, stützen sie sich nicht auf Beobachtungen des sichtbaren Himmels in Bezug auf einen einzigen Meridian und einen einzigen Horizont, so unnütz und unzuverlässig wären auch meine Schlüsse, stützen sie sich nicht auf jenes Verständnis des Guten, das für alle immer gleich war und sein wird und das mir durch das Christentum die Frage nach den anderen Glaubensrichtungen und ihr Verhältnis zur Gottheit zu entscheiden habe ich weder das Recht noch die Möglichkeit Oh, du bist gar nicht fort sagte plötzlich die Stimme Kittys die auf dem gleichen Weg in den Salon ging Was ist bist auch nicht verstimmt fragte sie und betrachtete beim Sternenschein aufmerksam sein Gesicht dennoch hätte sie sein Gesicht nicht genau gesehen wenn nicht wieder ein Blitz die Sterne überdeckend es erhellt hätte beim Licht des Blitzes betrachtete sie sein Gesicht genau und als sie sah dass es ruhig war und froh lächelte sie ihm zu sie begreift dachte er sie weiß woran ich denke soll ich es ihr sagen ja ich sage es ihr aber in dem Augenblick als er zu sprechen anheben wollte hob sie ebenfalls an ah ja alles hergerichtet wurde mir ist das peinlich wurde ihm das neue waschbecken hingestellt gut ich gehe unbedingt sagte levin richtete sich auf und küsste sie nein ich sollte es nicht sagen überlegte er als sie vor ihm her ging es ist ein geheimnis das nur für mich notwendig und wichtig ist und sich nicht in Worten ausdrücken lässt dieses neue Gefühl hat mich nicht verändert nicht beglückt nicht plötzlich erleuchtet wie ich es erträumt hatte genauso wie das Gefühl für meinen Sohn auch da gab es keine Überraschung und der Glaube nicht Glaube ich weiß nicht was es ist jedenfalls ist dieses Gefühl genauso unmerklich und durch Leiden in mich gekommen und hat sich in der Seele festgesetzt ich werde mich noch genauso über Kutscher Ivan ärgern genauso werde ich streiten werde meine Gedanken unpassend äußern genauso wird es eine Wand geben zwischen dem Allerheiligsten meiner Seele und den anderen Menschen sogar meiner Frau genauso werde ich ihr meiner Angst wegen Vorwürfe machen und es dann bereuen genauso werde ich mit dem Verstand nicht begreifen weshalb ich bete und werde beten aber mein Leben ist nun mein ganzes Leben unabhängig von allem was mir zustoßen kann in jedem seiner Augenblicke es ist keineswegs mehr sinnlos wie es früher war vielmehr hat es einen unanzweifelbaren Sinn das Gute das hineinzubringen in meiner Macht steht Ende Sie hörten Anna Karenina von Lev Tolstoi gelesen von Ulrich Nöten aus dem russischen von Rosemarie Tietze nach dem gleichnamigen Roman erschienen im Hansa Verlag Regie Anna Hartwig Ton und Schnitt Corinna Kammerer und Elke Steinort Redaktion Stefan Lohr Eine Produktion von NDR Kultur in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg dem Südwestrundfunk und Radio Bremen erschienen bei der Audio Verlag Auf Wiederhören bei Audible und mit dem Rundfunk 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 in Rundfunk Vielen Dank.